Hier oben kommen wir in ein offenes Zimmer. Es ist ein Schlafraum mit 2,5 Betten. Hier ist eine kleine Schlafecke, die ich ziemlich süß finde, weil es ein bisschen muckelig ist und wieder gut in das Cabin-Thema passt. Hier ist noch eine zusätzliche Matratze, falls man einen weiteren Schlafplatz braucht.